Hallo Leute, Willkommen zu diesem neuen Video. Heute testen wir die China-Böller B von Funke Feuerwerk mit dem sehr coolen Design. Wir haben eine NEM von 11,4 Gramm. Das ist sehr viel für B-Böller. Sie machen einen festen, soliden Eindruck. Ich bin sehr gespannt. Die Komet-Böller soll der immer sehr, sehr gut sein. Viel Spaß. Jetzt hier die Zündung der Funke B. Wahnsinn. Man muss aber sagen, die Zündung sind schlecht. Unglaublich druckvoll, weil ihr die kriegen könnt bestellen. Musik 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 Vielen Dank.